Okay, sind wir schon mal alle an einem Ding drin, ne? Wie ihr gerade sehen könnt, Muchachos, unten rechts, 8 von 60. 60 Spieler können in diesem Game in einer Runde zocken. Alter, richtig geil, ey. 60 Leute. Äh, R2 ist beschleunigend, ja. Alter, ich find's aber ganz schön laut, ey. Kann man hier driften? Ich will, ich will, nein, ja, ich bekomme den Aufmerksamkeit, ja. Ey, was ist das Game laut, ey, fick mich. Ey, ich hab's sogar schon mega leise gemacht. Kann man nicht driften? Ah. Wie kann man driften? Ja, Mikro. Digga, äh, redet ihr noch oder höre ich einfach nicht mehr, weil es zu laut ist? Äh, ich kann, ich mach mal eben leiser, ich mach mal leiser. Wie, ich kann nicht leiser machen. Ich kann gerade nicht in die Einstellung gehen. Ich kann auch nicht in die Einstellung gehen, what the fuck, ey. Boah. Hallo? Hi, ja. Geh, jetzt erzähl ich euch wieder was. Wollen wir neu einstellen, oder? Ah, das Game ist schon gut laut, ne? Das ist richtig laut. Digga. Ja, ich bekomme die ganze Zeit nur Nightshows über die Gadgets. Aber ich bin da langgefahren. Ich muss sagen, ich hab's mir Schmuber vorgestellt. Schmuber? Ja? Ich höre ich nicht. Hallo, hallo? Ah, okay. Alter, Schwede, wie viele? Nein, du scheiß Tickwagen. Wir haben auch ein bisschen Fels, ja. Digga, so langsam komme ich aber drauf klar. Hast du das hier vorgehe, ey? Geh, weg. Final lap. Boost, boost, boost. Final lap. Nightshows. Nightshows. Hat der schon irgendwas getroffen? Ja, hast du was abbekommen? Ich hab ein bisschen was abbekommen. Ja? Okay, weiß ich nicht. Oh, was ist das? Ich bin zweiter. Warum heißen wir eigentlich Gast? Weiß ich auch nicht. Ich bin der, der Zweiter geworden ist. Alter, das ist aber schnell. Ich weiß, ich kann noch nie reden. Alles zum Ziel. Boah. Weil, man kennt ihn. Ich bin halt 37 reingekommen. Alter, ich will unbedingt leiser machen, Digga. Das ist so todeslaut, Mann. Ich hätt's auch gerne leiser gemacht, ja. Man kann überhaupt nichts mehr machen. Los. Wir können nicht mehr. Und ich glaube, wir können auch jetzt nicht in deinen Stellung. Das werde ich jetzt erweitern, das nächste Rennen, glaube ich, rein. Ja, ich hoffe, dass das geht, ne? Na doch, du startest jetzt weiter vorne, ne? Na ja, gut. Oh, ich hab das einzige Geschenk hier. Ja. Hä, alle fahren random? Hä? 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 Versteht's nicht? Ich kann auch nicht. Wo fahr ich denn lang? Das sind gerade Leute umgedreht, wie er bei mir ist. Äh... Ist das noch ein Rennen? Oder... Ich fähre mal einfach rüber. Nein, ich glaube, muss ich rauskicken. Muss ich die rauskicken? Ah, okay. Ah, ich hab ne Bombe. Es gibt nur Bomben. Aber was heißt rauskicken? Weil einmal treffen reicht, glaube ich nicht, oder? Ich hab treffen, oder? Ich glaube. Ich hab jetzt schon Leute getroffen, aber ich hab nicht gemerkt, dass die rausgefunden sind. Ich hab heute geschehen. Hallo? Hallo? Fahrt rein hier! No way. Digga! Was ist hier Faser, Alter? Wo sind die Gegner? Was muss ich denn machen? Du musst irgendwelche Leute wegballern. Es gibt wahrscheinlich Punkte jetzt. Wenn du Leute wegballerst. Also, drei hab ich schon getroffen. Ich schieß einfach... Ich schieß einfach nur richtig billig. Oh, einer ist rausgefunden, Leute. Oh mein Gott. Wir haben ne Mine. Komm, fahrt rein da! Ich bin geschehen. Endlich hab ich mal was erwischt hier. Nein. Digga, es ist so langsam. Mach ich nicht eng? Ja, ein paar Leute getroffen. Wieder zwei Leute. Oh mein Gott. Ah, jetzt mach ich auch langsam Punkte hier. Ich bekomme nur Bomben. Ich hab noch die eine Linie bekommen, Alter. Okay, ich hab keine Ahnung, was hier passiert ist. Ob ich weiter bin oder nicht. Winner, Crowned? Hä? Bin ich jetzt weiter? Keine Ahnung. Was ist da gerade passiert? Ich bin Fünfter geworden, Shater. UK, ich kam zwei. Zwei von 40. Vier. Vier von 40. Alter, ist das random, Alter. Hm. NAH! Was heißt, Sprint? Ay nein, ich gib keine Runden. Es ist nochmal eine Runde. Ahh. Erster! Erster! Puste! Oh fuck, oh fuck, das war nicht gut. Oh mein Gott. Digga wieviel ist der Büchner-Gehl? Keine Zeit! Du hast den Weg! No! Oh, cool, ey. Bin ich? Alter. Okay, jetzt machen wir gleich nochmal. Mit gutem Sound. Ich finde, die Karren flühen sich so in der normalen Fahrt immer zu langsam, Mann. Das stimmt, ja. Du kannst ja auch mit Driften gut was machen, ne? Wieder. Ja, aber die sind in den Kuchen da, ne? Wow. Final Lab. Final Lab. Wow. Nein, der setzt genau vor mir eine Bombe raus, der diese Ficklack, Alter. Los. Oh mein Gott. Los. Ich brauch ein Item. Ich brauch ein Item. Hält mit euch, ihr Lappen. Oh mein Gott, die Bühne. Die Bühne war wieder. Warum hier? Wow. Oh oh. Nein. Hält mit euch. Jo. Hä? Nein. Du bist der Fick da über die Tante gezogen, gerade. Oh. Nein. Wow. Nein, das ist ja schlecht. Zweiter. Dritter. Fünfter. Sechster. Siester. Achter. Ich bin dritter geworden. Ja, ich war Zweiter und auf einmal war ich Achter. Ja, ja, ja. Ging bei mir auch immer weiter nach unten. Ich will doch endlich das Spiel leiser machen. Warte mal. Wir machen das gleich. Das ist so ein bisschen so Among Us mäßig, ne? Ja. Ah, okay. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist Ende anscheinend. Okay, wollen wir starten die nächste Runde einfach? Ja. Dann drei, zwei, eins. Warte mal, warte mal. Warte mal, vielleicht nochmal ein anderes Auto nehmen. Ich nehme diesmal irgendwie die schnelle Variante. Garage. Lightspeed. Ah, mache ich heavy. Okay, Wuchachos. Jetzt wollen wir mal ein bisschen schäfen hier mit der schweren Karre, ne? Da steht auch noch Under Construction. Sieht auch noch richtig so 8-Bit mäßig aus, ey. Sieht richtig chobo aus. Die Grafik müssen sie auch immer noch verbessern, ey. Da steht ja noch Under Construction, ne? Los, 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 los. Los, Baby. Nein. Oh, jetzt ist das Game auch schön leise, ey. Jetzt kann ich wieder was hören. Ja. Ja, ich sehe nichts, Alter. Schluck meine Mine, Junge. Schluck meine Mine. Digga, ich sehe einfach nichts. Ja. Digga, ich bin doch der Fettsack, Alter. Wer seid ihr? Ja. Digga, der eine Lachs hier vor mir, glaube ich, hat es noch meine scheiß Items, Alter. Verpiss dich. Nein. Ja, doch, Digga, das bin ich. Ich bin die Gelie-Nase. Wo bist du? Ich bin fast letzter. Ja, ich war auch, ich war schon weit vorne und jetzt bekomme ich gerade ganz viel Scheiße rein. Und ich bekomme einfach, ich habe noch nicht ein Item gehabt. Noch eine Mine hatte ich. Wow, shit, boy. Alter, Schwede, jetzt geht es aber ab hier. Nein. Rand mich doch nicht in den Scheiß rein, ihr miesen Haar flitschen. Ja, wollte ich auch, leider. Nein, da ist eine Mine. Digga, aber einfach 60 Leute beieinander, das ist so ein Tumult, ey. Ja. Ich bekomme einfach kein Item, Alter. Ich auch nicht. Final Lap. Ja, sieht bei mir richtig Käse aus. Wobei, 14. ist noch vollkommen in Ordnung. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Jetzt will ich endlich mein Item haben. Nein! Ich bekomme auch kein Item. Ja, hier, jetzt aber, das Item. Ja! Ja. Nein! Guck mal an, wieder Zweiter, ey. Fünfter? Wo war ich ein Fünfter? Wo ist... Achtung! Wo ist Shovel? Der wollte mich doch rasieren, Shovel. Wo bist du denn, hä? Wo bist du, Shovel? Äh, Shovel, wo bist du denn, du kleine Sackratte, hä? Ey, ich habe einfach ein einziges Item hatte ich ganz am Anfang. Hatte ich eine Mine. Danach nichts mehr bekommen. Shovel ist noch vorm Ende in die Mine gefahren. Ja, jetzt müssen wir uns wieder abballern, ja. Ah, der war das wieder. Ach, der Modus. Okay, fick mich. Let's go! Gib mir irgendwas, Digga. Gib mir irgendwas. Los, wo sind wir? Los! Nein! Ich bin ins Wasser gefallen. Nein! Irgendwas! Oh mein Gott! Ey, ich kicke einfach nichts! Ich bleib jetzt hier drauf, ey. Sind die ganzen Lulatsche? Ja! Ja! Alter, Triple-Treffer habe ich gemacht, Alter! Bam, Junge! Ey, wir sind beide auf dem ersten. Hallo, wo ist mein Lachs hier? Ich krieg nichts! Nein! Boah, Deko, komm her, du blöder Hundersohn. Alter, ja! Er rastet komplett aus, ey! Tja, wir waren ja auch mit Absicht. Da habe ich was, ne? Da habe ich was! Ja, ist dieser Xavier Sweetie. Den will ich rasieren, Digga. Oh, habe ich da was erwischt? Hoffentlich! Was war das, Junge? Gib mir die Einsens! Ich habe keine Einsens! Ich habe hier nichts bekommen. Deko ist gerade erster. Was, Deko? Ja! Guck mal, er fährt die ganze Zeit hinter mir, du kleiner Schwanz-Krabscher, Alter! Ey, gar nicht! Ich werfe einfach immer nur random irgendwann meine Bombe nach hinten. Und immer treffe ich, treffe ich die scheiß Geld. Ey, man kann die nach hinten werfen? Ja. Wie? Einfach mit dem Stick nach hinten drücken und dann B drücken. Ah! Wie, ich habe nichts bekommen. Nein, das war meiner. Los, los. Boah, der war aber knapp, du. Los, gib mir was! Hast du schon wieder hinter mir? Na, ey, vor dir. Hans-Jürgen! Oh, oh. Digga, ich kriege einfach kein Item. Digga, ich kriege kein Item hier! Was ist das denn? Da kriege ich noch irgendwas hier. Komm, ich bin erster! Ja! 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 Ach, das war schon. Okay. The winner takes it all! Bin ich drin? Ich bin qualified for next round. Ja! Ich bin siebter geworden. Digga, erster einfach. Ich habe richtig verkackt, ey. D-D-A-Delta-Muskaki-Delta-Muskaki- Man kann aber keinen Superstart machen, oder? Weiß ich noch nicht. Kann ich so ein bisschen undercover hier unterwegs sein? Ja, geil, ey. Ist ja viel besser, einfach in den Sand zu fahren. Nein. Ja, ich lande genau drin, ne? GG. Mach jetzt mal hier, den hier. Ziel vorbei, ey! Oh. Oh. Oh, 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 oh. Huf! Yeah! Boah, wenn ich dich hier misshandel, ist das böse. Hi! Come on, baby! Nope. Digga, genau da gelandet, ne? So ein Müll, ey. No! Turin getroffen! Turin getroffen! Dritter, okay. Ey, die Steckdose, ey. Geh weg! Wer ist die Steckdose, Brudi? Wer ist die? Ja, wie kann Marvin ein Dritter sein, Alter? Keine Ahnung. Ah, nein! 30.000. No, 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 no. Boi, Gummim! Die sind überall mieden, ne? Überall. Ja, die Mann sieht mich auch gerade im Auffach. Shit, ey. Achso, Final Left. Ja. Weg mit dir, du Lappen! Kai! Rasier dich, Kai! Äh. Nein! Kai, du Lappen! Ja! Zweiter. Kai, Kai. Ich bin einfach immer an der Seite lang gefahren. Easy, weasy, Digga. Zweiter, was los? Wer seid hier eigentlich in einem Kahn? Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Oh, Sechster! Eww! Steckdose! Hä, ich war gerade noch Zweiter, auf immer bin ich Vierzehnter, hä? Dritter war ich heute noch. Ja, am nächsten Leben vielleicht. Gerade noch bei der letzten Kurve wurde noch Dritter angezeigt, auf immer bin ich Vierzehnter, hä? You finished Zweiter. You finished Vierzehn. Also Zweiter, Siemter, Sechster. So solide. Ist doch wunderbar. Ordentlich, äh, Points gesammelt. Was können wir jetzt mit den Points eigentlich machen? Können wir da wild einkaufen? Hm, weiß nicht. Ich hab auch schon überlegt, ob man damit irgendwie... Ah, hier. ...die Autos noch... Ah, du kannst die Autos noch lackieren. Ah, ja. Okay, also ich muss sagen, ich hatte mir das Game besser vorgestellt. Ähm, ich find's schade, dass man keine Games suchen kann, wobei das ja vielleicht noch an der Beta liegen kann. Ähm, es steuert sich, find ich, ein bisschen schwerfällig. Ähm, die Spielmodis, Spielmodis sind eigentlich okay, aber ich weiß nicht, also wenn's immer das Gleiche ist, quasi eine Runde Rennen, eine Runde, äh, abschmeißen und eine Runde wieder rennen, dann ist's ein bisschen langweilig. Ja, und grafisch, find ich, da's am PC läuft, hätt ich mir da mehr vorgestellt. Also, Pluspunkt erstmal, mit 60 Leuten ist schon brutal geil. Muss man sagen, ist schon richtig knorke. Aber die Lenkung ist wirklich noch irgendwie so ein bisschen komisch und Dick hat's ja schon gesagt, es fühlt sich irgendwie ab und zu mit ein bisschen lahm an. Man braucht ein bisschen mehr Feuer und da muss auf jeden Fall noch ein bisschen abgegradet werden. Aber die Spielmodis fand ich auch nice. bis zum nächsten Mal,